Wenn ihr eine Jam-Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen-Üben im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Wenn ihr nicht so leichtes hören könnt, könnt ihr nicht so leichter hören? Wahrscheinlich ist es weil die Erde's surface ist colder. Nicht mich fragen, wie das macht es leichter hören? Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Sag mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zur Midnight Hour, wieder mit DJ Barbara Mikrofon. Ist es nicht schnucklig, wie treuergebene Zuhörer willenlos meinen Worten lauschen? Wir halten uns gar nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song. Okinawa war es damals als Riuquiu-Waukoku. Vorrei avere una lampada magica come quella di Aladino. Però, un solo desiderio non mi basterebbe. Prima di tutto vorrei dei soldi, poi delle orecchie diverse, poi dei vestiti, poi tanti fidanzati e poi ancora... Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Jazz ist definitiv die Musik für Classy Adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. I know my stuff. Eh? MoしかしてWii持ってないの? The word piano means a gentle sound. The original name was... Yeah, I'll stick with piano. The word piano means a gentle sound. The original name was... Klavi Cembalo Colpiano A40. Yeah, I'll stick with piano. It's time for all the kids to go to bed. If you've got no worries, you've got no excuse for not being able to sleep. Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Nice to see you back. It's time for the download top ten. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's top ten downloads. 今日は誕生日なんだって. hey, anta no tansjoubi nanka medetak mu nantomo nai wa. watashi ga omedetou nantiu selif wo yo tomou? go ki tai doori ilanai wa yo. kawari ni kono koku o okk te ageru wa. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Gosenfu wa yomenai, onpu wa nigate, teiu anta tachi demo kan tanne kioku ga tsukurelu kikayo shiireta wa yo. Utau dake de gakufu ga dekiu hanauta sackyoku ni ki mama ni kenban o tatakeba gakufu ga dekiu kenban sackyoku yo. Ah, non fateci caso. Sto per entrare in uno stato come si dice transatlantico. Comunque sia, un po' di musica new age. mi aiuterà sicuramente. Listen to this and go to sleep. Naja, diese ruhige musik ist hoffentlich genau richtig. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of western and african music that originated about a hundred years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. hour. Listen to this and go to sleep. Arabian night van las diez mejores descargas del momenta. It's awfully nippy lately, isn't it? I've got an all-season look. So I try not to go out in the winter. Well, I can't afford the gas anymore. So hopefully this tropical music will warm me up. J'aimerais bien avoir une lampe magique comme un latin. J'ai tellement de souhaits à réaliser. Déjà, de l'argent à gogo, ensuite, de plus belles oreilles, et puis aussi des vacances inoubliables. Ah oui, et sans oublier l'essentiel, une grosse... It's finally summer. Time to hit the beach. By the way, did you know sound travels faster through water than through air? That doesn't speed up the beat of the music, though. This is Barbara, working overtime again on the Download Top Ten. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top Ten Downloads. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top Ten. I'm Barbara, and here are today's Top Ten Downloads. No need for applause. Just send money. This is a good time of year for traditional Japanese blossom viewing. Get out with your friends and enjoy some Japanese food and drink. And when you do, play this song. Well, すっかり夏ね. 夏といえば海. そうそう, 知ってる? 水中の方が 空気より音が 早く伝わるのよ。 だから、 水の中では 8ビートは 16ビートにって そんな意味じゃないわよ。 任天堂 Wi-Fiコネクション って知ってる? 簡単、 安心、 無料で ゲームが楽しめる Wiiと 任天堂DSの インターネットサービスのことよ。 Wi-Fiにつなげれば もっと バンブラが 楽しくなるわよ。 Ever hear the phrase June Bride? There is a superstition that getting married in June means you'll have a happy marriage. Personally, I think it's a bad sign if you have to rely on a superstition. I wish I had a magic lamp like Aladdin so I could have a wish granted. But one wish just isn't enough. I mean, of course I wish for money first. But I also don't like how my ears look. And I wish I had somewhere to go on holiday. おしゃれな 大人の音楽 といえば ジャズよね。 ジャズは 西洋の音楽と アフリカの音楽が 組み合わさって 生まれた音楽なんだって。 でも 歴史は浅くて 100年くらいなのよ。 ふふ よく知ってるでしょ。 大人 だからね。 おしゃれな 大人の音楽 といえば ジャズよね。 ジャズは 西洋の音楽と アフリカの音楽が 組み合わさって 生まれた音楽なんだって。 でも 歴史は浅くて 100年くらいなのよ。 ふふ よく知ってるでしょ。 大人 だからね。 おしゃれな Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Neulich hat ein Stadtmagazin doch wirklich zu meiner Sendung angemerkt, ich hätte einen angestaubten Musikgeschmack. Was für eine Frechheit! Moderner als meine Musik ist doch nur Musik aus der Zukunft. Die sollten mal diese hypermoderne New Age Musik hören. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Nintendo Wi-Fi Connection Manchen Leuten kann man es auch nicht üben sein, oder? Manchen Leute kann man es nicht üben sein und UFO-Senspappen, oder? Manchen Leute kann man es nicht üben sein, oder?